Ja, hallo allerseits. Es ist immer noch Freitag, der 28. Und ich mache jetzt noch mal ein Nachtrate-Video quasi. Denn ich bin heute schon dreimal an dieser Stelle hier vorbeigefahren. Nämlich über die Brücke der Eisenbahnstrecke, die nach Bangkok führt, an der Nembler Bahn. Und habe dreimal etwas gesehen, was mich schon im Video angeregt hat. Ich wollte beim Tage das dann filmen. Okay, dann hatte ich ja mal ein anderes Video von dem E-Sport schon aufgenommen. Aber nun bin ich hier und filme mal. Ich zeige euch, hier liegt etwas auf der Straße, den ganzen Tag. Ihr seht es, ein Teilwerfer liegt. So, und die große Frage ist natürlich, wie ich mir gestellt habe, wie kommt das Teil hier auf die Straße? Das ist schlicht und schlicht nicht, das ist ein Tag da rum. Was es ist, muss ich nicht erklären. Erkennt, glaube ich, jeder, ne? Ja. Ihr könnt mit raten, eure Meinung sagen. Ich weiß das Ergebnis ja auch nicht, deswegen raten ist eigentlich Quatsch, weil es keine Antwort erstmal gibt. Aber ihr könnt euch eure Gedanken machen, wie das Teil, wo die hergekommen ist. Hat das eine Fahrerin verloren? Wurde sie abgefunden? Gab es hier irgendwelche Spielereien auf der Brücke in der Nacht? Keine Ahnung! Also, lasst eure Fantasie behalten. Ich bin gespannt, ob aber jemand guckt und überhaupt kommentiert und wenn kommentiert wird, was denn da so an möglichen Antworten kommt. Das Video wird es allerdings dann erst gegen Mitternacht geben, denn ich fahre jetzt in die City und werde ein bisschen das Nachtleben genießen. Dann gehe ich ihn trinken und ein bisschen schauen, was so los ist. Also dann, bye bye!